ja und damit ein ganz recht herzliches willkommen zu skyrim und bevor es losgeht habe ich mir auch wieder einen wecker gestellt wie ich ja versprochen habe und der startet jetzt und erzählt von 50 minuten runter auf null und wenn es klingelt dann ist das video zu ende so ich habe ja und ich habe ja eine umfrage gemacht also wie fern wie lange das video gehen soll und dann hat jemand gesagt so 50 minuten werden ausreichend deswegen 50 minuten so es hat ein paar veränderungen geben ich habe aufhören gehört dass sie die dämmerwacht zurück ins leben da ich will nur oder so in der alten festung in der nähe von rift ist vielleicht sogar etwas für mich man sollte geld nicht liegen lassen und ich daneben wirst du was ich richtig hasse wenn du spiel spielst und irgendwelche npcs die irgendeine quest geben die du vielleicht selber entdecken möchtest nein da kommt so eine bescheuerte wache vorbei ich habe gehört irgend so eine dämmerwacht und hier und da und das mag ich nicht ich möchte das alleine entdecken ich möchte nicht dass die npc sagen da und da ist quest und so das ist das problem bei skyrim das regt mich halt tierisch auf so es hat ein paar veränderungen gegeben und zwar habe ich die rüstung verstärkt und ich habe auch mal streitkolben verstärkt ich habe ein bisschen rum geschmiedet hier und dort und kann jetzt so ziemlich alles schmieden was man schmieden kann die rüstung ist erlesen 24 stiefel oberteil 54 handschuhe eisenplatten handschuhe erlesen und ja unser blocken schuld weil ich habe das eisenschild habe ich jetzt raus geschmissen was wir sonst mit geschleppt haben weil wir ja das gar nicht brauchen ja trotzdem kann man die kette überhalten unser streitkolben von molag bahl hat ein schaden bild macht schaden 43 also die öfters wir diese wache benutzen desto desto höher ist die wahrscheinlichkeit dass die höher also dass sie der schaden höher steigt so ausdauer und da würde ich sagen machen wir pöken wir pöken erst mal das hier zu ende also einhändig und ich würde sagen wir gehen mal wenn ich jetzt sagen wir machen die quest um die ätherium schmiede dann ist das so ein langes langes let's play ich weiß nicht ob jetzt gucken möchte ich möchte das aber auch nicht vorenthalten also weiß ich jetzt nicht was rot fahrt passt was wir denken bedenkt sich an solche namen aus trüb höhlen kruft es ist in der silberstrom höhle dämmerlichtspalte festung dunstad oder wir gehen festung hankast wie immer stadt mein gott ist das name da gehen wir hin und dann bekommen die paar auf dem deckel und wenn wir da noch zeit haben dann suchen wir mal eine quest zu machen das problem bei den quest ist halt immer dass die manchmal zu lange gehen weil du nicht weißt wie viel wie viel feinde noch in dieser kruft sind also es gibt ja so dungeons also so höhlen wo du weit okay die ist klein da bist du schnell durch aber ansonsten so nicht warte warte heilung so steckere warte im doppelpack war ja attacke Das ist nicht schön. Mietz, Mietz, Mietz. Was? Welchen Kampf soll ich denn nicht gewinnen? Nö, ich will jetzt noch nicht sterben. Also, ganz ehrlich, ne? Die wollen Jumringen. Warum eigentlich? Ich tue ja keinem was. Runter. Auf die Knie. Ich sagte auf die Knie. Elfen. Elfen. Habe ich ein Glück. Ich hasse Elfen. Wer schießt denn hier mit Lehm? Der sollte sich was schämen. Seid ihr zum Sterben bereit? Nein. Stirbt doch endlich. Winsch du. Kein Seelenstein ist groß genug. Ich habe extra Seelensteine gekauft, ne? Und ich sagte mir, dass kein Seelenstein groß genug ist. Obwohl ich einen schwarzen Seelenstein dabei habe. Naja. Ich komme, Schatzi. Warte bitte auf mich. Guck mal. Der ist so nervös, ne? Der ist schon ganz aufgeregt, dass ich komme hier. Wie hoch steigt, fällt tief. Na warte, Mietz, Mietz. Dir mache ich Feuer und dann mit Dando. Was, wie gesagt, ich habe im ersten Video, wo wir den Streitkolben geholt haben, habe ich ja schon gesagt, dass es mich tierisch aufregt, dass der Streitkolben so schnell an magischer Energie verliert, ne? Also dieser silberne Streifen unten. Zeit zu sterben, Mietz. Oh mein Gott. Ziegenfleisch. Ich brauche auf jeden Fall noch Salz. Ziegenbeine. Ja. Zur Not erstmal alles Ruhe. Nee. Ich habe das Gefühl, dass da hinten irgendwo eine Kiste ist. Manchmal hat man Glück und nicht irgendwelche Kisten. Ich gehe jetzt auch lang? Das wusste ich gar nicht. Wir fangen hier an. Wir machen erstmal die im Kerkerblatt und dann gehen wir... Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlauben ausgesucht. Na? Was? Warte, ich muss jetzt Helle machen. Die Zuschauer wollen was sehen. Ich kann nicht so schnell gucken, wie der Tod war. Was hast du hier vorzubringen? Und du? Ach, schlimm sowas, ne? Oh, meine Zukunft. Das ist doch schön, ne? Du kommst nach Hause und alles liegt bereit. Die Lockpicks, das Geld. Ja, ich weiß, es heißt Dietrich, aber Lockpicks kann ich mir besser merken. Das heißt nicht Lockpick, das heißt Dietrich. Ist hier noch jemand? Ich bin gerade dabei, alle zu zerstören. Nee? Na, es ist tatsächlich jemand hier. Auch Käse. Ich liebe ja Käse, ne? Auch im richtigen Leben. Ich liebe Käse. Mhm, mhm, mhm. Ja, gut. Wenn wir die Rüstung, die wir anhaben, finden, ähm, ähm, äh, also es gibt ja die Rüstung, die, jede Rüstung als normal und einmal als verzaubert. Und wenn wir diese verzauberte Rüstung wie Gesundheit und Klagfähigkeit finden, dann wechseln wir sie aus. Weil, es ist halt besser, wenn du halt ein bisschen ne verzauberte Rüstung hast, ne? So, jetzt, ähm, machen wir uns auf zum, zum Chef. Klopf, klopf. Stille Post. Bei Ismir lebend, kommt ihr hier nicht raus. Du kommst aber auch nicht weiter. Was? Ich war's nicht. Das Gesicht von Molag Baal beobachtet uns. Oh, die hat ja erst mal Meter weit geflogen. Ah. Noch nicht hauen, ich loote erst, ne? So, jetzt kannst du kommen. Nee, noch nicht. Ich muss, schlusser vorliegen. Ach so, ihr müsst aber hoch. Nö. Der hat eine Rüstung. Ach, ich mag diese... Das Ende von den... Von den... Von den... Wir nehmen die mal mit und dann, ähm... Gucken wir uns die am Tag mal an. Ich muss mal gucken, wie die aussieht. Ich hab die noch nie angehabt, diese Rüstung. Die sind normal... Also nicht normale, sondern diese... Ach, der hat einen Schlosshahn, aber wie ich das hasse. So. Kerzenschein? Was haben wir denn da? Salz. Ich weiß, wo es noch mehr Salz gibt. Das fällt mir jetzt erst ein. So, Bücher... Brauchen wir nicht. Orks können nicht lesen, die können nur essen. Aha. Ähm... 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 Nein, ich wollte das nicht mitnehmen. So. Irgendwo ist drinne? Hallo? Geld. Geld. Okay. Ich dachte, hier ist irgendwie so eine Truhe vom Chef. Was ist das? Na ja, Fleischschutz aber auch. Oh, kann man was übersehen? So, mehr war aber hier nicht, ne? Na ja, mehr war wirklich nicht. Komm, dann ähm... Und Lockpick. Und Lockpick. So. Weil das Ganze so schön ist, machen wir das in... Jetzt der Quest anzufangen wäre ein totaler Schwachsinn, oder? Ach so, danke nochmal an Thomas für das Herausfinden wegen dem Endlevel. Also... Danke nochmal an... An dich. Also ich hab halt, wie gesagt, Skyrim nur bis Level 65 gespielt. Das war mein höchstes Level. Weil irgendwann hab ich mal noch keine Lust mehr. Wenn ich dann die Haupt... Die Hauptquiz abgeschlossen habe... Also mit Alduin, mit Mira Ark und mit dem Bürgerkrieg, dann gibt es für mich nichts mehr zu machen. Und dann... Ja... Es ist... Irgendwann... Ist er noch... Entschuldigung, ich muss mir gleich mal Kaffee machen. Irgendwann ist er auch... Sensen, ne? Tiefenvorkreuz. Da ist nämlich... In Tiefenvorkreuz ist nämlich auch eine Therium-Schlitter zu finden. Den wir ja brauchen. Können die auch abwappen bis es Tag ist, ne? Ich bin die auch so ein Honk. Und zwar... Müssen wir... Hier lang... Und dann hier hoch. Ne? Also einmal durch dieses Wergenholen... Warte, ich... Ich mach mal... Ich mach mal so, dass es... Dass der Nebel weg ist. So. Ja... Kommt quasi von da drüben. Also von da, ne? Wo die Tannenbäume stehen. Lauft dann hier unten durch. Und dann hier hoch. Und dann ist quasi hier... Diese... Ja... Was ist denn das? Ne? Die Tiefenvorreise. Und hier seht ihr schon hier... Das ist Atherium... Ist aber leer. Ist immer leer. Und oben ist ein Zwergenhelm. Und einmal... Ringsrum ist auf der anderen Seite... Ein Aetherium-Splitter. Den könnt ihr nämlich schon nehmen. Und dann habt ihr nämlich schon den ersten Splitter. So. Aber darum geht's gar nicht heute. Weißensehne. Iskramusgrad. Süßte Küsten. Nebel. Höhle. Gesellenwinkel. Was ist denn? Höhle. Totgeburten. Ah. Ist ne Falmerhöhle. Ähm. Schneeschleier. Zugflucht. Hat was mit der Diebeskirche zu tun. Schneeschleier. Zugflucht. Wrack der Winterkrieg. Da... Ja wir besuchen mal das Wrack der Winterkrieg und mal gucken was die so sagt. Ähm. Ja. Natürlich ist wieder Nacht. Warum auch nicht? Nacht und halb neblig. Wie immer. Bis hierher und nicht weiter. Bis hierher und nicht weiter. Doch. Ist das aber eine Überraschung. Na da schau an. Oh. Ein Helden. Oh. Ist das was ihr wollt? Ja das will ich. Ja das will ich. Hau zu. Ja genau. Du machst mit meine Stimme haben. Ja genau. Du machst mit meine Stimme haben. Ah Hans. 24. Und unser Streitkolben hat 43. Ach das ist schon wieder leer. Unser Streitkolben. Ah das ist mir zu schnell leer. Ja der Streitkolben den ich hier habe. Das gefällt mir nicht. Ich meine. Ich meine. Ich habe nicht dagegen. Dass die leer werden. Aber. So schnell muss ja auch nicht sein. Du hast ihn ja keine zweimal geschwungen. Und schon ist er leer. Ne. Also. Das ist der einzige Nachteil am Streitkolben von Molok Bahl. Dass der so schnell leer ist. Das ist richtig schade. Das ist eigentlich ein richtig guter. Richtig gute Waffe. Nein. Nicht der. Nicht der Schinken von Meridia. Ja. Ja. Bacon. Bacon heißt doch Schinken. Ist doch egal. Ähm. Rubin. Süßrolle. Ne. 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 So. War es uns Spaß macht. Nehmen wir uns das nächste Schiff vor. Fragt der. Stolz von Tel Phos. Gucken wir einfach mal. Es gibt auch eine Maske hier. Wo wir unter Wasser atmen können. Ich weiß jetzt nicht, wem von den Drachenpriester die gehört. Ich glaube aber, die gehört dem Drachenpriester, ähm, ähm, wer heißt denn der? Ich weiß, wo die, wo die Location ist, das weiß ich. Das war immer dieser komische Nebel. Ich hasse den Nebel hier im Spiel. Ich mag das nicht. So viel besser. Das ist doch neblig, wenn du keine Mod drin hast. Also ich habe keine Wetter-Mod, weil ich schon mal gefragt wurde. Nein, ich habe keine Wetter-Mod. Was? Wie? Hallo? Ist hier jemand? Ach, der geht spazieren. Das ist schön. Da verstecke ich mich mal hier hinten. Ach, Mensch, ich wollte mir verstecken. Ich wollte mich extra verstecken. Das sollte ein Überraschungsangriff sein. Ja, ich denke schon, ich bin hier gewachsen. Was ist denn die andere, Heinz? Meinst du? Tut doch gar nicht weh. Tschüss, wie Korski. Ist du so? Danke. Ich möchte ihn hier hinten angreifen. Hier ist doch nichts. Oder eine Krabbe wieder? Oder... Hässlicher Eiswolf. So, jetzt kümmern wir uns einfach mal um den... Ähm... Ja, Banditen-Anführer. Was? Was? Wer? Entwaffen denn? Wie denn denn? Warum denn? Was hat er denn getan? Wir dürfen nicht so rennen. Wir brauchen hier gleich noch Kraft zum Kämpfen. Stürb doch! Stürb doch! Ha, die widerspenstigen Gegner. Ach, ist wie angestellt? Nee. Nein. Nein, nein, nein. Das brauchen wir. Doch, doch, das brauchen wir. Für eine Quest. Da brauchen wir auch einmal. Das brauchen wir. Zum Essen. Lockpicks. Stahlriemen brauchen wir auch. Ja. Kreaturen und Personen bis zu Stufe 4 greifen 60 Sekunden lang nicht in der Nähe an. Ach, wir brauchen so Blödsinn. Huch. Da wäre ich ja fast weggerutscht hier, ne? Oh, nicht wahrer. So, wir wollten uns ja mal die Rüstung angucken. Das Oberteil, ne? Wie ist denn das hier? Ach, hei. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Die ist 55, die ist 56. Und die ist noch nicht erlesen. Also, ich weiß nicht. Die mit dem Pelz? Soll er die mit dem Pelz anziehen? Die mit dem Pelz anziehen? Oder die normale? Was sagt ihr? Normal wäre das hier. Und Pelz wäre das. Also, ich wäre ja für Pelz. Schreibt einfach mal in die Kommentare, ob mit Pelz oder ohne Pelz. Also, ich würde einfach mal sagen, wir gucken mal, was wir brauchen. Und ich würde die sowieso erst mal verbessern wollen. Dann müsste man nach Weißlauf zurück. Und einfach, also klar, könnt ihr sagen, wir nehmen die. Aber ich möchte ja auch mit euch so ein bisschen interagieren. Und heißt das interagieren? Ach, ich mache ja seit einem Jahr YouTube. Sorry, ich bin jetzt nicht so... Sprechen. Ich weiß, ich kenne manche Wörter nicht. Gucken wir einfach mal... Ach, du bist schon wieder. Ich habe doch euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern. Aber nur euch persönlich. Ja. Lasst mal sehen. Im Dämmerstern macht ein neues Museum auf. Der Besitzer bittet mich, Einladungen an Reisende zu verteilen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Die machen auch noch die Quest im Dämmerstern gleich. Die geht nicht lang. Das ist ja das Falsche gewesen, ne? Ach, ich wieder. 84! Wir brauchen Urikalkum. Was? Kannst du die überhaupt lesen? Das steht doch gar nichts oben. Ich glaube, das ist Hakt drin. 84 einmal sagen sieht aber auch gut aus nur die rüstung aber ihr könnt immer auch in die kommentare schreiben welche ihr besser findet ob die hier oder die normalen nackte das ist ja den die nackte hier also die hier das ist die normalnackte ob er jetzt die gut findet oder ob er sagt er soll halt die hier an lassen weil ich finde hier die hier finde ich persönlich am schönsten von optik und auch hat zur rüstung wert 84 und genau wir können den krimpeln wieder reinschmeißen abendessen das ist mit ihm war mit ihm also mit dem abendessen das ist mit der anniversary die edition gekommen da könnt ihr ein haus gewinnen aber ich würde euch vorschlagen damit level 40 oder so reinzugehen und wenn mit ganz viel magie weil die ehemaligen bewohner mögen nicht gerade licht wenn ihr versteht was ich meine genau genau wir machen das mit dem sprich mit den anführer der damme wach nein machen das mit dem museum das machen wir noch dann ja wir haben es gerade mal 20 minuten ich hoffe wir schaffen das noch wenn 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 es wenn nicht dann machen heute einfach mal ein paar minuten länger weil ich ich konnte ja nicht wissen dass heinz otto um die kurve gerank kommt und sagt wir müssen in die quest machen das weiß ich ja mal nicht das war schon wieder dunkel immer wenn ich ankommen ist dunkel so wir schwimmen einfach mal hier durch so eure vorfahren würden das nicht wollen sie los warum sollte ich mich verstecken das ist das vermächtnis meiner familie das ist vergangenheit tote schwüre auf toten lippen lasst es dabei bewenden das museum wird eröffnet madena und hier kommt der erste besucher das museum der mythischen morgenröte ist eröffnet mein freund wer oblivion gespielt hat der weiß was die mythische morgenröte ist ich spreche da nicht weiter ich habe oblivion nur angekratzt ich habe nur oblivion gekauft ob auf sie es waren reduziert im preis dachte ich okay spielst du mal ist optisch damals schon sehr gut gewesen von der grafik und auch aber die spielweise waren andere ich habe halt nicht gewusst mit welcher taste ich die waffen aufhebe ich habe hier ein kurier hat mir diese einladung gegeben gut kommt da rein und schaut euch die ausstellung an und lasst uns reden ich habe etwas zu erledigen für das ihr mir perfekt geeignet erscheint kinderisse doch klingt gut reden wir drinnen weiter seht euch ruhig um sprecht mich an wenn ihr über die aufgabe reden wollte ich erwähnt habe wir kommen gleich zum punkt wir wollen das ja die hier drinnen und draußen hängenden wandteppiche ich will über das die dings hier reiten wurden während der geheimtreffen der mythischen habt ihr fragen zum museum oder würdet ihr lieber über geschäftliches reden lasst uns über die sache reden die ihr erledigt haben wollte zuerst ein wenig geschichte nach der oblivion krise wollten mehrere gruppen die überbleibsel der mythischen morgenröte vernichten eine dieser gruppen fand mehr und es klinge das artefakt von dagon sie zerbrachen sie in drei teile und schworen sie für immer voneinander getrennt zu halten das war vor fast 150 jahren und die teile befinden sich noch immer im besitz der nachkommen dieser gruppe und sie sind genau hier in himmelsrhein wollt ihr dass ich die fragmente beschaffe mindestens zwei der besitzer gunzul und draskua sind gefährlich räuber vom dritten jorgen weiß ich nur dass er in mortal lebt hier sind meine aufzeichnungen wenn ihr die teile wie auch immer besorgt werde ich euch bezahlen und keine weiteren fragen stellen glück bei der suche nach den teilen ja ich mache das schon ich mache das schon das eine ist ein hexenraben habe ich jetzt schon richtig bock darauf den zu treffen nämlich gar kein sollten witz werden nie aber hexenraben sind das letzte was ich hier im spiel brauche also steht hier der großvater was wird der jahr dagegen tun wie sollen wir uns in unseren eigenen vier wänden noch sicher fühlen bitte es reicht ich habe in grund eure bedenken mitgeteilt sie wird sich um euch alle kümmern geht bitte wieder an eure arbeit wir brauchen keine zauberein unserer mitte mohrtal hat auch so schon genug probleme sinnlos dann machen wir wenn es nicht um die mühle ich weiß nicht wovon er redet fremder tatsächlich silas wie sie es also so ein typ meinte du hast da was ich habe von ihm gehört mein vater verdächtigte ihn mit der mythischen morgenröte in verbindung zu stehen er hatte wohl recht ich brauche sie nicht meine familie hat acht generationen damit verbracht die klinge vor einem toten kult zu schützen meinetwegen kann sie weggesperrt in meinem haus bleiben du gibst mir das ding jetzt so und basta in ordnung hier das sind die schlüssel das heißt liegt in einer drohe in meinem haus verletzt niemanden auf wiedersehen geht doch einschüchtern funktioniert immer wir überreden den doch nicht habe gehört dass sie die ja ja du und deine dämmerwacht alles wird gut morgen ist weihnachten so was wir hier drin suchen wir machen gesprochen oder ist echt genau immer schon mal hier sind noch gleich mitnehmen da stand nicht das gold klauen da stand nur dass wir es kriegen so schnell raus nein ich glaube nicht das geld was auf dem tisch ist das bin ich nicht so bringe das heft zu sie los was das heffer sind für ein heft bringe die bruchstücke klingeln was sind für ein heft so ich bringe das einfach mal hin und dann gucke was passiert ich habe gar kein heft Ach, das hilft. Aber... Die müssen eben mal fragen, wer die anderen drei sind. Ich weiß zwar, wer die sind, aber ich weiß nicht mehr, wo die Locations sind. Das ist das Problem. Wie sieht es aus? Habt ihr eines der Klingenteile? Und was, bitte, ist dieser Gult? Weshalb habt ihr dieses Museum gegründet? Ja, es hilft. Habt ihr den Griff? Hier ist euer G... Jetzt brauchen wir nur noch den Knauf und die Teile der Schneide. Die Klinge ist Merunes, Dargons persönliches Artefakt. Schon immer hat sie blutige Veränderungen und Massaker angekündigt. Sie hatte bereits viele Namen. Dolch der tödlichen Wunde, Geißel der gerechten Königstöter. Die mythische Morgenröte hat Dargon als Gott angebetet. Diese Klinge wäre für meine Sammlung von unschätzbarem Wert. Wer mich sucht, ich kümmere mich um das Museum. Ja, ist klar. Wir können ihn natürlich auch töten, weil... So, wo müssen wir noch hin? Ich wusste es, Hexenrahmen. Ich habe es gewusst. Wir erledigen erst mal den Hexenrahmen, dann haben wir es hinter uns. Zehn Minuten 35, mein Gott. Ich dachte, mach so kurz die Quest mit der Klinge, das ist ja nicht weit. Was war das? Das war nüscht. Ich bin auf der Durchreise. Ich... Ich mach gar nix. Also, ganz im Ernst, ich mach nüscht. Wartet mal. Mal ganz kurz gucken. Ja, alles gut. Ich musste grad gucken, ob ich ihn noch aufnehme, weil das nämlich das Problem... Weil manchmal... Dumme Kuh. Sag mal nicht, Mensch. Weil das Problem ist... Manchmal denkt mein Spiel sich... Mein Aufnahmeprogramm sich, dass es nicht funktionieren dürfte. Blasenpilz? Ist das Blasenpilz? Ne, Rauberwustling. Kannst du nicht warten, bis ich oben bin? Mein Gott. Bäm. Ich muss mal wieder... Zerstören Kerzenschein. Damit ihr auch was seht. Autsch! Ich muss mal wiederholen, bis ich oben bin, bis ich oben bin, bis ich oben bin. Oh, ein... Oh, ein... Also, man findet schon sehr häufig... Gamer und was? Achso... Alchemie, als ob wir Alchemie benutzen, bräuchten, müssten... Wir brauchen keine Alchemie, ne? Wir brauchen keine. Oh. So. So. Ne, dann nicht. Wir müssen hier lang, ne? Nee. Ist das das hier gewesen? Stimmt, da ist die Öffnung. Ja, wir müssen hier lang. Stimmt. Ja, hier geht's zum Balkon. Wir machen gleich mal die Heilung. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir gerade auf die Nase kriegen. Ganz ruhig. Wo seid ihr? Ich bin hier. Noch nicht weitermachen, ich muss erst mal alles klauen. Ein Trühlein fein. Blöde Krähe. Und ein Schrei. Mach die Bähne zusammen, ich habe Zuschauer. Aber danke für den Stein. Ach, dieses abgeschworene Zeug, oh Mann. Schlimm. Asylsteine, das machen wir mal noch. Würschgarten brauchen wir nicht. Wahnsinnigen Arzt. Super, können wir uns diesen komischen Hammer holen. Gibt es auch irgendeiner Höhle. Ich weiß auch nicht mehr, wo die Höhle ist. Ein Stein, nur für die, die die Liebesgilde machen. Furcht, unbehagen. Schön, dass wir das jetzt gelernt haben. Wir gucken, ob wir jetzt fliehen können oder ob wir kämpfen müssen. Bist du ein Bruchzahn. Da ist das nächste Artefakt. Also, Stück des Artefacts. Wir haben noch 5 Minuten und 14. Oh, ich hoffe, das schaffe ich noch. Oh, ich bin gerade beim Essen. Spürst du vielleicht mal nicht. Oh, ich erschreck mich immer, wenn der das macht. Eine reine Ork-Festung. Ich fühle mich wie zu Hause hier. Was denn? Ich habe gar nicht gemacht, du bist derselbe schuld. Ork-Jäger. Da stand aber nicht Bandit, da stand nur Ork-Jäger. Theoretisch haben wir jetzt Menschen ermordet. Aber es sind eh bloß Elfen im Schweinskostüm. Ja, Orks sind Elfen im Schweinskostüm. Die Nase, das Gesicht von dem Schwein und die Ohren von einem Elfen. Was war das? Ich gehöre dir? Hast du dich so eilig mit dem Heiraten, ja? Käse, Fleisch. Aber warum denn? Wer macht denn sowas? Warum denn immer diese Gewalt? Können wir nicht reden wie itemisierte Menschen? Zivilisierte Menschen. Ja. Theoretisch haben sie uns ja nicht getan, ne? Diese Ork-Jäger wollen einfach nur in Ruhe ihr Dasein fristen. Und dann komme ich, böser Mensch, und töte sie. Genauso muss das sein. Hallo. Hier spricht Svetlana. Jungs, so ein Affe muss doch einen Schlüssel haben. Wer ist denn das hier? Himmelsrand? Nee. Wo ist denn der Typ? Wo hat er den denn? Habe ich die niedergestreckt und nicht den Schlüssel mitgenommen? Ach, der sitzt dahinter. Ich bin noch verrückt, ne? Hallo? Lassen wir die Spielchen. Nein! Bam. So, Gunsul. Schön mit dir Geschäfte gemacht zu haben. Was hast du so in der Kiste? Also, ist da nicht drin, aber... Wir haben ja keinen Bogen. Was zu essen? Jasper, Seelensteine. Super. Seelensteine und Lockpicks. Ich weiß, das heißt nicht Lockpicks. Das heißt, ähm... Sind doch die, die wir haben, ne? Die nehmen wir natürlich mit, ne? Warte mal. Wir sind nicht die. Rorische Panzer der überragenden Schmiedekunst. Ich nehm die mal mit, auch wenn das nicht die von der Rüstung sind, die wir anhaben. Ich muss sagen, die Orks haben bessere Betten als wir, ne? Also, die Nords haben ja so ein... Ich sag mal 0815-Bett, ne? Das sieht aus wie drei Bretter und ein bisschen Stroh und dann hat sie das Bett und die Orks haben bessere... Vom Aussehen her, sehen die dann besser aus. Hier ist doch irgendwo mal, äh... Ne, ist nicht Stroh gewesen? So, jetzt machen wir einfach mal wieder Licht. Nach 7 Sekunden. Einfach nicht hinhören. Wir machen das hier wirklich zu Ende heute. Es wäre blöd, wenn ich hier sagen würde, wir machen Schluss und... Ne, das ist ja blöd. Das macht ja kein Mensch. Zumindest nicht ich. Sieh, Steine. Man muss halt wirklich alles untersuchen. Ich weiß natürlich, dass das Ding gerade auszuliegt, aber ich möchte ja alles mitnehmen, ne? Nachher haben wir irgendwas vergessen, mein Gott. Ich nehme immer einen Blödsinn mit, ne? Eisenhandschuhe. Ich brauche doch hier, Mensch. So. 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 ach so hier gar nicht gesehen diese ich laufe seit drei jahren seit ich das spiel vor drei jahren gekauft habe immer wieder an diese dämliche falle misst wir schaffen das bin ich voll fest von überzeugt irgendwann schaffe ich das hat sich ja echt gelohnt jetzt so jetzt nicht mehr raus fest und bruchzahn himmelsrand leerling ach das unten wo die truhe ist da ist irgendwie so eine truhe glaube ich nie da nicht wussten sie ob die ist da oben irgendwo ich möchte meinen die ist hier irgendwo hier oben in den komischen tun hier genau hier ist er entweder man geht hier lang also irgendwie da hoch da lang und bringt hier rein oder noch mal um man macht es für ich meister da muss ich die konsole benutzen ich bin dann zu blöd für ja wenn ich es feile bräuchte würde ich sagen super brauche ich aber nicht wenn ich welche brauche finde ich sowas nicht ist doch immer komisch oder man dann wenn man es nicht braucht findet man genau das was man nicht braucht heilen das haben wir ja stahlriemen süßkuchen hab ich das mitnehmen von unserem orc ach komm was soll's so ähm ach so ich wollte tag machen ich überlege gerade wenn wir die gravierte nordrüstung vielleicht schmieden würden wie es aussieht ich probier's mal weil die gravierte nordrüstung die kommt ja mit den erweiterung speck dragonborn rein und ich finde diesen gravierten nordbogen schön ich mag aber auch mein lieblingsbogen ist natürlich der ähm getrische bogen der ist mein lieblingsbogen so es ist seltsam unsere handwerks hier ist jetzt fehlen nur noch die teile der schneide sieht nur die legendäre schärfe einer dedrischen waffe großartig und hier ist eure bezahlung für die teile danke endlich halte ich alle teile von meruenes klinge in meinen händen es wird zeit euch ein geheimnis anzuvertrauen es gibt ein viertes teil die schwertscheide in der vitrine sie wurde für die schneide hergestellt und das ist noch nicht alles ich weiß wie alle teile zusammengefügt werden wir müssen sie nur zum schreien von dargon bringen und den fürsten des wandels direkt kontaktieren meint ihr daron wird die klinge instand setzen das hört sich nach einer verdammt schlechten idee an nein seit ich ein junge war spüre ich dass etwas schicksalhaftes die mythische morgenröte umgibt und nun weiß ich was es ist erkennt ihr es nicht das schicksal hat euch zu mir und den teilen geführt dargon muss uns antworten wir sind so nah dran wir treffen uns beim schreien schreien ach so der schreien der hat nur gesagt wir treffen uns da der hat nicht gesagt dass wir ich krieg das hin ich krieg das hin ich krieg das hin Katze ich schloss knacke gerade geh bitte weg ich krieg das hin ich schaff das was ich kann das nicht rausnehmen ernsthaft ich habe mir also das ist ja jetzt nicht ernst oder ich kann das nicht rausnehmen das ist doch jetzt nicht dein sein aus das ist nicht aber hier kann man rausnehmen oder ach der geht eh zu viel zu fuß wir sind doch viel schneller Mist der stirbt nachher sowieso durch meine hand interessant ich kann es zwar nicht lesen ich kann ja nicht lesen was drin steht weil hier auf englisch ist aber für unser haus ist es schon mal gut und der stirbt ja sowieso von daher solls das hat eh keiner mitgekriegt ne der ist eh schon weg so mir ruhen ist dargon der schreien von mir ruhen ist dargon der ist hier wir uns wieder irgendwelche verfluchten eisgeister sehen man kennt es es sind ja so eisgeister da unten irgendwo ihr seid hier ja ich lege die teile auf den altar dann gut ihr seid hier ich lege die teile auf den altar dann wird dargon mit uns reden merunes dargon fürst des wandels wir haben euch eure klinge gebracht wir bitten euch bringt ihre pracht und herrlichkeit erneut nach tamriel es funktioniert nicht warum versucht ihr es nicht legt einfach eure hände auf den altar ich weiß wir haben im letzten stream bei dark über diese klinge geredet und nein ich werde sie nicht benutzen weil die ist echt schwach ich hab die schon mal benutzt es ist nicht schön eigentlich ihr sterbliche ja ihr seid würdig dass ich zu euch spreche ihr habt die stöcke meiner klinge für euch in anspruch gemacht es war amüsant dieses spiel zu beobachten aber dargon ruft keinen sieger aus während noch eine schachfigur im spiel ist tötet silus er und seine familie haben ihren zweck erfüllt er hat mir geholfen stücke zu finden ähm ja so soll es sein ja nehmt eure rechtmäßige stellung als mein schäppchen ein oder ich werde euch zermalmen na 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 ich grad nicht gleich so so nicht nicht um es gibt noch eine andere möglichkeit ich kann die teile zurück in mein museum bringen und sie in einer vitrine und auf ihr erhaltet eine großzügige menge gold ich kann meine sammlung vervollständigen und niemand muss sterben unterstellen wir von ihr unterstellen wir von ihr danke hier ist euer gold ich werde nach dämmerstern zurückkehren ihr denkt ihr könntet merunes dargon betrüben los gehts dann leidet ich wusste dass der stirbt ich hab halt nur mein geld zurückbekommen und gewartet bis sie den angreifen das funktioniert immer der schreitköln von molak war ihr seid doch schwach heute ne gesundheit danke ich muss auch nicht miesen oh und die drei herzen müssen schreien ja das braucht doch kein mensch hier haha Entschuldigung aber soll ich machen ja komm braucht doch kein mensch ne ähm ja wo ist denn der rest von silus silus nicht so kopflos durch die durch die nacht hat der doch die augen auf ist ja egal die detra rüstung wegen der detra rüstung sagt mal ob ich also schreibt mal ob ich eine detra rüstung anfertigen soll für mein orc ob er auch eine richtig coole detra rüstung anziehen soll also ob er jetzt sagt ja detra rüstung ja oder ne bleib so wie du bist ich du darfst ich will ich rieche schwäche ja auch du lass die auch dir diese dieses diesen schild diesen zauber schild immer dann anwenden wenn du mit einer richtigen waffe kommst ja so schwach so kerzen scheinen detras haben wir schon vier detra ähm dinger ne wieviel äh zutaten sechs detra herzen haben wir gerade warte öh nein nackloser amethyst schwacher seelenstein gift brauchen wir nicht ebeners brauchen wir nicht ah frostsalzen gibt es doch auch ne quest ne mit dir Frostsalzen gold Nee, ich möchte nicht mit Magi spielen. Das habe ich tatsächlich noch mehr mitgenommen. Ach Mensch! Ja, hier ist Gold. Das habe ich mal ganz am Anfang mitgenommen, das Gold. Und habe es nie benutzt, als ich damals mit Skyrim angefangen habe. Ich habe es aber irgendwie nie benutzt. So meine Lieben. Ein Recht... Herzlich willkommen würde ich gerade sagen. Ich verabschiede mich von euch. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Danke fürs Reinschauen. Und Entschuldigung, dass es länger als 50 Minuten gedauert hat. Denn ich konnte ja nicht wissen, dass die Quest um die Klinge von Myrune Stargon jetzt so lange dauert. Also das tut mir furchtbar leid. Wir gucken uns trotzdem mal die Waffe an. Ach, die haben wir gar nicht bekommen, wenn wir sie abgebrochen haben. Wir haben die Waffe nicht bekommen. Super. Das macht auch nichts. Ich denke mal jeder weiß, wie die Waffe aussieht. Und nein, wir brauchen die eh nicht. Ich hätte die sowieso in irgendeine Truhe geschmissen. Mal ganz ehrlich. Wie viel Prozent der Spieler benutzen diese schwache Detra Waffe? Von allen Detra Waffen ist die Klinge von Myrune Stargon die schwächste. Also von hierher weiß ich nicht. So. Ähm. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich bedanke mich auch mal für die Kommentare und für das Suchen Thomas wegen der Levelbegrenzung. Mein Gott. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bye, bye.